Alle, 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 alle Zeit beim Aftermatch Talk gehört, aber in der regulären Folge war er jetzt schon lange nicht mehr, Andi Lautenschlager. Servus, Andi. Hi, servus. Ja, wie ist es die letzten drei Jahre ergangen? Ja, ich glaube, dass drei Jahre nicht mal reichen, ehrlich gesagt. Es war ja gleich ganz am Anfang, da habe ich tatsächlich ja das eine oder andere Mal hier reingeschaut. Jetzt ist es lange her, ich habe fast den Weg nicht mehr gefunden zu dir hier, ins Aufnahmestudio sozusagen, aber es sollte funktionieren, weil ich bin ja jetzt mitten im Flow durch den Aftermatch Talk. Das freut uns auf jeden Fall sehr, auch mal wieder eine neue Stimme, aber gut für den SSV Jan Regensburg, dass wenn das Grand LaDuo eine Podcast-Ausgabe macht, ja, die Ergebnisse halbwegs gestimmt haben. Ja, also ich glaube, wenn wir uns so vor einem Vierteljahr zusammengesetzt hätten, im Saison-Endspurt der letzten Saison, dann wären wir nicht die richtige Besetzung zusammen gewesen. Von dem her jetzt deutlich angenehmer und ich glaube, heute auch in deutlich fröhlicherer Stimmung. Wir haben drei Spiele absolviert. Kann man schon so ein bisschen sagen, wo wir stehen? Ja, wo stehen wir? Also es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil nach dem ersten Spiel hätte ich gesagt, uh, das wird schwierig. Das wird eine richtig harte Saison. Jetzt sind zwei weitere Spiele gespielt und plötzlich schaut alles deutlich freundlicher aus, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Von dem her für ein erstes Fazit in der Saison wahrscheinlich noch zu früh. Wenngleich man natürlich trotzdem dann, werden wir jetzt auch dann machen. Die Einzelspiele kann man sich anschauen und ich glaube, man kann auch schon zumindest mal einen ersten Eindruck von unseren ganzen Neuverpflichtungen hier kundtun. Ja, und vielleicht auch die, die geblieben sind. Ich habe Hannover kommentiert, du hast dann die anderen beiden Spiele kommentiert und Hannover ist mir eben auch aufgefallen, vor allem, dass anscheinend das Tempo, ja, wir völlig falsch eingeschätzt haben in der Sputtenliga. Wir waren zu weit weg. Wir haben gedacht, wir schaffen irgendwie eine Überzahlung im Mittelfeld. Dadurch haben die Hannoveraner eine Überzahlung über die Außen geschaffen. Aber wir haben schnell gelernt, gegen Ulm hat es schon besser ausgesehen und gegen Bochum, natürlich hatten die viele Chancen, aber viel besser kannst du es als Underdog fast nicht machen, als wie du gegen Bochum gespielt hast. Außer, dass du vielleicht deinen einen oder anderen Konter noch fahren hättest, könntest den gleichen Punkt habe ich aber auch gegen Ulm. Hättest du, glaube ich, auch dir sehr viel Zitterpartie ersparen können, wenn du den einen oder anderen Konter dann noch reinmachst. Ja, das ist aber auch nichts Neues. Also wir können ja nur Drama. Das ist ja tatsächlich einfach unser Spielstil. Und von dem her, ja, das gehört dann irgendwie dazu. Also wir nehmen hier ein 1 zu 0. Und klar, wir könnten hier viele Konter ausspielen. Gegen Bochum war es ja tatsächlich einiges. Gegen Ulm, ja, gab es auch die eine oder andere Situation, wo wir dann gerne zu Ende gespielt hätten, wo dann vielleicht auch mal der Schiedsrichter ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Und letztendlich hätte man dann ein bisschen entspannter das Ganze angehen können. So haben wir es aber mit dem 1 zu 0 rumgebracht. Und auch das ist ja sowas, wo ich sage, da hätten wir früher vielleicht dann auch noch, in nicht allzu langer Vergangenheit hätten wir es dann verloren. Das haben wir jetzt so gut durchgebracht in beiden Spielen. Von dem her bin ich da sehr zufrieden. War so nicht zu erwarten nach den ersten 30 Minuten in Hannover, muss man jetzt auch sagen. Weil die waren ja tatsächlich grottenschlecht. Also die waren ja, da bin ich, das habe ich nur im Fernsehen gesehen. Da war jetzt nicht im Stadion, da habe ich mir am Fernsehen angeschaut und habe mir gedacht, gut, also da könnten wir eigentlich auch wieder ausschalten. Und das wird eben eine richtig harte Nummer. Auch da war es ja so, dass wir uns dann nach diesen 30 Minuten einigermaßen stabilisiert haben. Wenn gleich Hannover danach auch noch riesen Chancen liegen gelassen hat. Also darf man auch nicht vergessen, die haben auch noch an die Latte geschossen und hatten irgendwie so eine riesen Chasse, auch gleich nach der Halbzeit so eine Doppelschasse. Da hättest du auch noch höher verlieren können. Und dann hat man danach aber gesagt, ja, alles halb so wild. Hannover Aufstiegskandidat, natürlich sind die nicht unsere Kragenweite. Da ist doch klar, dass du verlierst. Da ist ja 2 zu 0 noch völlig in Ordnung. Ja, zwei Spiele später. Wir haben jetzt bei uns ja schon angeschnitten, dass wir uns gut stabilisiert haben. Schauen wir mal, was Hannover gemacht hat. Und das sah nicht mehr ganz so gut aus. Und plötzlich steht dieses Spiel auch irgendwie wieder in einem anderen Licht da, weil die dann im nächsten Spiel gegen Münster 0 zu 0, da haben die lange aber zu kämpfen gehabt, dass sie überhaupt ein 0 zu 0 erreichen, weil Münster die in der ersten Halbzeit anscheinend ziemlich an die Wand gespielt hat. Ja, und im Pokal verlieren sie dann bei Drittligis Bielefeld. Also plötzlich ist es dann nicht mehr so, dass Hannover hier der absolute große Aufstiegsfavorit ist und wir dann natürlich von vornherein chancenlos gewesen wären. Ich glaube ja auch nicht, dass wir von vornherein chancenlos gewesen wären. Denn natürlich ist Hannover ein anderes Kaliber, aber vielleicht hat es denen auch nicht gut getan, uns so daher zu spielen, weil das ja was mit deiner Psyche macht. Und bei uns hat es halt zum Glück die richtigen Mechanismen ausgelöst, dass jeder Spieler, und man hat es, gegen Hannover war ich ziemlich lang auch in der Mixzone gestanden und dann am Mannschaftsbus. Und ich habe da eine Mannschaft kennengelernt, die sehr reflektiert damit umgegangen ist. Ein bisschen haben sie sich tatsächlich schön geredet. Da habe ich ihnen dann im Privatgespräch gesagt, ja, finde ich nicht so. Aber zumindest hat man keine gebrochene Mannschaft, sondern eine Mannschaft, die gesagt hat, oh, zweite Liga, ganz schön knackig. Das muss man jetzt dann noch annehmen. Also das ist eine selbstreflektierte Mannschaft, die aber nicht gebrochen war, wo ich mich immer noch, mein Lieblingsbeispiel damals, wo ich gemerkt habe, dass die Mannschaft auseinander nicht gebrochen war. Aber dass das nichts mehr wird bei dieser Niederlage gegen Fürth damals, wo wir 2-1 verloren haben nach 1-0-Führung, da hat man in der Mixzone eine ganz andere Stimmung. Also man merkt dann schon, wie der Flow ist und deswegen habe ich mir auch relativ wenig Sorgen gemacht, dass die Mannschaft mit dieser Niederlage nicht umgehen kann. Und das hat sie jetzt dann bewiesen. Natürlich muss man sagen, Ulm ist in Anführungsstrichen ein Pflichtsieg, wenn du nicht absteigen möchtest, zumindest daheim. Und die Aufgabe haben wir seriös angegangen. Hätte auch phasenweise schief gehen können, aber genauso wie bei Bochum, vielleicht hatte ich da ein ganz anderes Gefühl, weil ich da im Block stand und die Stimmung im Block überragend war, auch auf S3 ausnahmsweise. Und ja, aber ich hatte gegen Bochum spätestens nach der 60. Minute irgendwie gar kein Gefühl mehr, dass es so richtig schief gehen könnte. Ich hatte irgendwie auf einmal Biervertrauen, Urvertrauen in die Mannschaft, weil ich halt gemerkt habe, sie schmeißen sich in jeden Ball und die Bochumer werden brutal nervös. Der 33er, ich glaube, das ist der Hoffmann gewesen, der hat sich mal 30 Sekunden lang brutal mit seinem Trainer auf der Außenseite gestritten. Das hat man vielleicht außerhalb vom Stadion gar nicht mitbekommen. Und dann haben sie zwei oder drei völlig unnötige gelbe Karten bekommen, selbst bei Sachen, wo sie einen Foul für sich gepfiffen bekommen haben. Da habe ich mir gedacht, okay, die streiten sich zu Tode. Das ist unsere Chance. Und Gott sei Dank haben wir es dann genutzt und lustigerweise mit einer Geipel-Ecke, wo ich eigentlich mir gedacht habe, nach dem Spiel gehe ich zum Joe und sage, wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann lass doch bitte von links den Cota schießen. Tja, hätte er das gemacht, wäre vielleicht die Geipel-Ecke so nicht passiert. Hat er dich eines Besseren belehrt? Also tatsächlich war das ja so. Gegen Bochum muss man ja sagen, die fünf bis zehn Minuten nach der Halbzeit absolute Katastrophe. Also da war für mich eigentlich klar, wenn sie jetzt nicht sofort den Schalter umlegen, dann wird das ganz, ganz, ganz schnell in den Graben gehen und das wird dann auch nichts mehr werden. Weil dann kassierst du gegen den Bundesligisten ein, zwei Tore und dann kommst du da auch nicht mehr zurück. Aber genau in der Phase habe ich zu meinem Nachbarn gesagt, Normalerweise bestraft dich der Fußball, wenn du diese zwei Chancen nicht machst. Ja, war ja dann letztendlich auch so und war aber dem geschuldet, weil der Jan dann wirklich auch sehr, sehr schnell zurück eben in die Spur, nicht nur zurück in die Spur gefunden hat, sondern sie haben ja dann besser gespielt als überhaupt auch vorher in der ersten Halbzeit. Und tatsächlich, also ab der 60. herum war es dann auch so, dass wir ja die klar spielbestimmende Mannschaft waren, die auch das relativ konsequent zu Ende gespielt hat und dementsprechend sich auch eine Menge oder auch ja doch eine Menge an hochkarrettigen Chancen erspielt hat. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, da fällt dem Ball aus mal der Ball vor die Füße, da haben wir halt das Glück des Tüchtigen und irgendwie geht er dann rein. Da gab es ja noch eine ganze Menge an deutlich größeren Chancen eigentlich durch Pröger oder auch durch Kota, Kühlwetter, diverse Abschlüsse gehabt. Also von dem her, das ging dann am Ende auch voll in Ordnung, wie ich finde, dieser Sieg. Und ja, du hast vollkommen recht. Also ab der 60. hatte ich da jetzt tatsächlich dann auch nicht mehr irgendwie so das große Flattern, wobei 1-0 natürlich trotzdem dünn ist. Wir haben es eben verpasst, dann noch ein zweites zu machen. Ja, und am Ende kann da dann immer noch einer reinfliegen. Das wäre dann wieder so typisch gewesen. Aber eben nicht, sondern sie haben es ja geschafft, tatsächlich jetzt das zweite Mal in Folge dann so ein enges Spiel dann relativ routiniert runterzuspielen. Kurze Werbeunterbrechung, um wieder einen fette Dank an unseren Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club, auszusprechen. Der Andi, der heutige Gast, ist ja dort öfters als ich beim Trainieren. Bepöbelt ihn ruhig mal von mir, wenn ihr ihn seht. Wenn ihr noch nicht im Rebest Fitness Club angemeldet seid, dann könnt ihr ein Probetraining beantragen oder einfach mal reinschnuppern, euch beraten lassen. Mit dem Codewort 1889FM beziehungsweise Jahn-Podcast erhaltet ihr bei Abschluss den vergünstigten 1889FM-Tarif und zwei Sitzplatztickets je nach Verfügbarkeit. Also ihr erhaltet sie, aber das Spiel müsste dann mit dem Adrian ausmachen. Und wer sich bis zum 15.09.2024 anmeldet, kann außerdem noch zwei VIP-Tickets gewinnen. Das ist doch auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Wie ihr dem Rebest Fitness Club kontaktiert, lest ihr in den Shownotes. Das geht per WhatsApp, Kontaktformular oder ganz klassisch per Telefon. Und jetzt geht es weiter in der Sendung. Ja, ich habe mich dann auch beeindruckt. Nicht gewundert, aber beeindruckt, weil du sagst es, du bist ja der, der sich an alle Spiele erinnern kann. Aber zum Beispiel dieses Magdeburg-Spielpokal, das war ja genau sowas, wo du es dir dann noch brutal aus der Hand nehmen hast lassen. Und ich habe im Internet dieses Argument gesehen, ja Chapeau an Joe Endungs, dass er sich das quasi getraut hat, dass er, ich glaube, am Ende Kühlwetter, Bröger und Geipel gleichzeitig ausgewechselt und es hätte ja noch eine Verlängerung geben können. Ja. Wie hast du das live miterlebt? Ja, ich fand es wichtig, dass frische Kräfte reinkommen, weil man hat ja gemerkt, die haben ja gefeitet von der ersten Minute an und letztendlich musst du dann natürlich irgendwann wechseln. Und ja, klar, also das sind wichtige Kräfte, das ist aber, glaube ich, schon auch klar, dass das Kühlwetter aktuell vielleicht noch nicht für die 90 Minuten so komplett geeignet ist. Es war ja eh schon überraschend, dass er gegen Ulm dann gleich von Anfang an gespielt hat, nachdem er gegen Hannover ja noch gar nicht einsatzbereit war. Von dem her, glaube ich, war da schon klar, dass der jetzt nicht über 90, geschweige denn 120 Minuten gehen wird. Bröger kämpft natürlich wie die Hölle. Also da ist es auch, glaube ich, schwierig. Ich meine, der ist jetzt auch keine 24 mehr. Der ist jetzt nicht uralt, aber es ist trotzdem so, dass man natürlich dann irgendwann, wenn man dann so in die 30er reinkommt, wird es dann trotzdem schwierig, das dann irgendwie auch über einen längeren Zeitraum so durchzunehmen. Also der investiert ja schon richtig viel in sein Spiel und bei Geipel ist das sowieso schon immer so. Von dem her, ja, kann man natürlich so sehen, dass man sagt, boah, mutig. Auf der anderen Seite, ich hätte jetzt aber auch nicht gewusst, wen wir dann ansonsten jetzt rausnehmen sollten und wie gesagt, die waren dann langsam auch platt und wir frische Kräfte haben uns da echt gut getan. Wir haben ja gegen Bochum dann umgestellt. Auf Trotz-Fährmarkt steht noch ein 4-4-2, aber ich würde behaupten, das ist auf jeden Fall ein 3-2-4-1 oder ein 3-4-2-1, je nachdem, wo du die Außenspieler hinlegst. Auf jeden Fall haben wir auf Dreierkette umgeschaltet mit zwei Schienenspielern und was ja dann fast zur Fünferkette wird eben, wenn eben im Defensiven, dann hast du mit Geipel, Ernst und Feed vielleicht nicht die defensivste Ausrichtung, weil du könntest natürlich auch Geipel Bullets spielen lassen, damit dann hättest du gleich eine Fünferkette und zwei Abräumer davor, dann hättest du absolut Beton angerührt, aber diese Flexibilität zeichnet uns gerade auch aus und hat uns, wie ich finde, letztes Jahr trotzdem gefehlt. Wir haben zwar immer mal wieder auf Dreierkette umgeschaltet, wenn wir 2-0 zurückgelegen sind oder sowas, aber dann hat es nicht mehr funktioniert, aber gegen so einen Gegner wie Bochum und wir werden gegen mehrere spielen, ich würde behaupten, Hertha wird ein ähnliches Kaliber sein, ist dieses in Anführungszeichen Beton anrühren, aber trotzdem zwei schnelle Schienenspieler zu haben. Ja, ein probates Mittel und man muss mal schauen, weil es ist auch schwierig zu verteidigen, weil du hast halt dann irgendwie auch kein festes Muster, weil Cota hat ja relativ viele Freiheiten gehabt auf einmal, den musst du dann ja auch eigentlich fast in Manndeckung nehmen, weil wenn du den in Raumdeckung nimmst, ja, dann rutscht er vielleicht doch öfters mal unten durch. Also sehr interessant, dass wir uns da so flexibel aufgestellt haben. Hätte ich nicht damit gerechnet, war aber sehr erfreut, dass es geklappt hat und dann diesmal eben keine Aufstellungskritik von mir, sondern perfekte Aufstellung gegen Bochum. Ja, hat mich auch überrascht. Ich war auch tatsächlich bis kurz vor Anpfiff mir nicht sicher, wie wir es machen werden. Also ich habe die Aufstellung gesehen, habe gesehen, Ziegele für Salah als einzige Änderung und war mir tatsächlich nicht sicher, spielen wir jetzt mit der Dreierkette oder bekommt der Ziegele wie in der Relegation den Platz in der Kette außen zugesprochen. Wäre natürlich irgendwie ein bisschen Quatsch gewesen, wenn ich da ja lauter fitte Jungs, deren Stammposition das ist, auf der Bank sitzen habe, das würde das Ganze natürlich ein bisschen ad absurdum führen. Von dem her hat sich dann schon herauskristallisiert, dass es eine Dreierkette sein wird. Aber ja, diese Variabilität, Variabilität, so nennt sich es, war dann sehr gut und der zweite Punkt, von dem wir profitiert haben, also das war der erste Punkt, den hast du ja gerade schön aufgedröselt, der zweite Punkt war aber eben der, um nochmal auf dein Eingangsthema zurückzukommen, wir haben halt jetzt auch eine Bank, die wir nutzen können. Also das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat ja vor allem im Saisonendspurt der letzten Saison dann gemerkt, ja, Joe Enox vertraut seinen eigenen Bank nicht so wirklich. Da hat er ja wirklich sehr, sehr wenig gewechselt und auch in den Relegationsspielen zum Beispiel war er wirklich sehr, sehr spät beziehungsweise teilweise ja also gar nicht und das ist halt jetzt wieder anders. Jetzt hast du halt da einfach Leute draußen sitzen, du hast es ja eben gerade gesagt, da kann ich mal einfach so einen Bullitsch, der ja letztes Jahr eine absolute Bank war, den kann ich halt jetzt in der 70. Minute dann reinbringen und das tut uns natürlich schon gut, dass wir jetzt hier wirklich, ja, nicht Quantität, sondern eher Qualität eingekauft haben und das sich eben auch auf die Bank verlagert. Ein gutes Indiz dafür, für deine These, ist ja auch, dass Galien zum Beispiel ja jetzt erstmal abgemeldet ist, obwohl er wahrscheinlich schon gekommen ist, um zu, oder mal um Kurzeinsätze zu bekommen und er jetzt gerade gar nicht auf der Bank hockt, weil wir zu viel Qualität haben in dem Sinne und ja, und die Bank halt nur, jetzt muss ich zählen, acht oder sowas, groß sein darf, deswegen, ja, unterstreicht das auch deine, dein Einblick, finde ich. Ja, richtig, also der hat es ja jetzt tatsächlich, das ist ja jetzt der einzige, der Neuzugänge, der es ja jetzt noch so gar nicht geschafft hat, der den Anschluss einfach dann vorerst mal verpasst hat, da versucht man ja jetzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, über die zweite Mannschaft, ihm Spielpraxis zu geben und ihn irgendwie heranzuführen. Naja, also ich glaube, er hat auch nicht gespielt, Hottmann hat gespielt in der U21, der ist dann anscheinend auch noch ein bisschen näher dran. Ah, okay, ja gut, dann habe ich, also wie gesagt, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich dachte, man hat es eben so versucht. Ja, muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Mei, Julian Pollerspekt, natürlich klar, dass der jetzt nicht zu Einsätzen kommen wird, war eigentlich fast klar, also natürlich hat man gesagt, okay, das ist ein starker Torhüter, schauen wir mal, wie es denn im Duell ausgehen wird mit Gebhardt, hat sich dann aber, glaube ich, schon relativ bald abgezeichnet, dass er da nicht rankommen wird, wenn Gebhardt eine einigermaßen vernünftige Form hat und ich habe es ja am Samstag, Sonntag in der Übertragung schon gesagt, er hat ja jetzt wieder hier so seine Hinrundenform der letzten Saison gefunden, wie ich finde, wo er uns ja Punkt um Punkt gerettet hat letztendlich und so hat er jetzt auch gegen Bochum wieder gespielt oder auch schon gegen Ulm. Allgemein, selbst gegen Hannover, ich meine, bei den zwei Gegentoren kann er für meine Begriffe nichts machen, das sind jetzt die einzigen zwei Tore, die er bisher kassiert hat, also da muss sich Polarspec dann natürlich hinten anstellen, das ist klar, das war aber Absehbau und ansonsten bis, wie gesagt, Galien, okay, der ist dann auch erstmal jetzt eher auf dem Abstellgleis gelandet, alle anderen haben sich ja tatsächlich dann doch auch schon zeigen dürfen und haben sich auch teilweise schon ordentlich hervorgetan. Du hast vorhin Kühlwetter erwähnt, ich auch, lustigerweise saß ich im Bus gegen Ulm und dann wurde ich natürlich angequatscht von jemand, der aber zwar den Turm von Kante mich aber nur wegen dem Turm von Koffer erkannt hat und da haben wir dann auch ein bisschen gefachsimmelt und ich habe gesagt, da habe ich mich wieder sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ja, Kühlwetter auf keinen Fall spielt der heute Startelf, weil er ja gegen die Stuttgarter Kickers noch sehr behäbig gewirkt hat, sich dann verletzt hat, dann hast du, wie du gesagt hast, war er in Hannover gar nicht dabei, also für mich war das die absolute Oberüberraschung, dass er da in der Aufstellung stand und ich fand ihn gegen Ulm auch noch nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, andere haben ihn relativ hoch geschrieben, die haben da mehr gesehen als ich, aber gegen Bochum habe ich richtig gemerkt, warum wir den gekauft haben, warum wir den da aufstellen und er ist ein Vollblutstürmer, ich habe mir ein, zwei Sachen noch, habe ich gedacht, ja, dann musst du ihn auch rüberlegen, einmal wurde ihm nicht rübergelegt, da hätte Kota ihn frei in Szene setzen können, hat er aber nicht gemacht, Kühli hat aber auch einmal, ich glaube, Kota ist es nicht gesehen, aber ich glaube, man kann dem Vollblutstürmer nicht böse sein, wenn er immer den Abschluss sucht, der hat halt nicht nach links geguckt, der hat nur aufs Tor geguckt und er hatte zwei Situationen, glaube ich, einmal links, einmal rechts und er hat immer sofort abgezogen und sowas hat uns lange Zeit gefehlt, weil wir sehr viele Stürmer, auch Noah Ganaus zum Beispiel haben, auch Elias Huth, die viel zu viel nachdenken vor dem Tor. Ja, bin ich voll bei dir, also ich habe das auch tatsächlich so gesehen jetzt beim Spiel gegen Bochum, natürlich hat er die Dinger da teilweise ja Meter weiter neben geschossen, da muss er natürlich noch nachjustieren und das wird er auch, glaube ich, ich meine, der weiß grundsätzlich, wo die Kiste steht und der wird da auch noch netzen, aber er versucht es zumindest und er zögert da auch nicht allzu lange, sondern ja, in dem Moment, wo er die Lücke sieht, lässt er sofort den Schuss drauf und das finde ich sehr gut, weil eben, wie du es schon gesagt hast, das ist genau dieses Element, was uns bei unseren bisherigen Stürmern ein bisschen gefehlt hat, weil die eben schon alle sehr mannschaftsdienlich auch sind und sich überlegen, ja, gibt es denn da nicht noch eine bessere Option und dann ist die Situation aber auch schon wieder rum, vor allem in der zweiten Liga, da habe ich noch weniger Zeit als in der dritten Liga und von dem her ist das gar nicht verkehrt, wenn der noch ein bisschen mehr sein Zielwasser zu sich nimmt. Was ich auch sagen muss, also ich habe ihn gegen Ulm sehr kritisch gesehen, das war aber dann im Bochum-Spiel ein Quantensprung, also das war ja, da war er ja vor allem in der zweiten Halbzeit nicht wiederzuerkennen, wie ich finde, was ich ihm schon zugute gehalten habe, auch gegen Ulm ja schon, das ist ein Antreiber, der hat auch gekämpft und hat hier viel auch mit Bewegung, mit Handbewegung und so die Leute sortiert und ja, das hat er gut gemacht, wie gesagt, so Thomas Müller-mäßig ein bisschen hat er da sortiert, das war gut, aber für mich wirkte der da trotzdem wie ein Fremdkörper in diesem Spiel gegen Ulm, also da war ich mir dann auch, da habe ich auch kommentiert mit Lukas zusammen, da waren wir uns und eins, Lukas hat das ein bisschen anders gesehen, der hat ihn da tatsächlich danach eher sogar positiv hervorgehoben, aber da habe ich gesagt, also das, da ist er bei mir eher so negativ in Erscheinung getreten und gegen Bochum habe ich ihn jetzt aber gelobt, weil da muss ich sagen, da hat er mir richtig gut gefallen, bis zu seiner Auswecklung hat er da richtig Gas gegeben, als Zielspieler vorhin sowieso, der macht die Bälle fest, aber wie gesagt, jetzt ist er halt auch eingebunden gewesen, hat hier die Abschlüsse gesucht und wenn er die eben noch ins Tor bringt, dann ist alles gut. Ich habe ja auch so ein bisschen eure Übertragungen angehört, auch im Nachhinein, da sind wir uns wahrscheinlich einlegt, dass Kai Bröger einer der Spieler ist, der ja absolut in unsere Mannschaft passt, nach drei Spielen schon Publikumsliebling ist und der Spielstil uns beiden als bunte Liga-Kicker sehr gut gefällt. Ja, absolut, also Kai Bröger für mich bisher absolut der Mann der Saison, ich habe mich darauf gefreut, ihn spielen zu sehen und wurde nicht enttäuscht, also der hat wirklich bis dato genau das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe, also der rennt die Linie da rauf und runter und ist einfach ein unglaublich bissiger Hund und du hast das ja, ich habe es mir ja angehört, du hast ja erzählt auch von diesem Turnier da bei den Kickers, wo er ja wirklich auch seine Gegenspieler getriezt hat und das betreibt er ja jetzt auch so weiter, also das ist ja jetzt auch schon so, dass er das auch in der Liga und im Pokal genau so gemacht hat, er kennt seine Grenzen genau und er reizt sie aus bis zum Gehtnichtmehr und das ist gut, das brauchen wir und das sieht aber auch das ganze Stadion so, also ich habe selten erlebt, dass jemand so schnell wirklich zum Publikumsliebling aufsteigt, wie du schon sagst, ich meine, er ist jetzt beide Heimspiele hintereinander ausgewechselt worden und gerade jetzt gegen Bochum, ja, war natürlich dann schon strategisch für ihn optimal, dass ihn der Schiedsrichter dann hinterm Tor rausschickt und er dann schön die ganze Westtribüne entlang flanieren kann, möchte ich fast schon sagen, er hat das auch aufgesaugt, also da sind die Leute dann schön aufgesprungen, hier Sending Ovations und viel Applaus und den hat er sich verdient und ich glaube, das wird ihn nicht schlechter machen, also ich glaube, der genießt das schon jetzt auch, dass er hier jetzt richtig gut ankommt und mal sehen, wie es dann in den nächsten Spielen so läuft. Wer das TVA-Sportstudio nicht gesehen hat, sie nennen ihn ja auch den Bademeister. Okay, naja, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ja, weil er wohl immer so mit dem Handtuch durch die Gegend läuft, mit so seinen Schlappen wie so ein Bademeister und das Einzige, was er bisher in Regensburg gemacht hat, war im, wie heißt der andere See? Nicht der Guggi, sondern der andere. Der Sachinger? Der Sachinger war ja Baden-Wahrer. Ah, okay. Also nette Anekdote auf jeden Fall. Ja, also auch einer, der auf jeden Fall ein Podcast-Kandidat wäre. Ich glaube, das könnte so viel Spaß machen wie mit dem Ziegele, wo ich mich eben auch am Anfang geärgert habe, dass Ziegele nicht gespielt hat und eben Ballers gespielt hat, weil ich fand Ballers gegen Hannover nicht ganz so gut, wenn ich ehrlich bin. aber er hat mich dann gegen Ulm und Bochum Lügen gestraft. Ich finde, ja, es hatte seine Berechtigung, dass er gespielt hat. Er hat viele Kopfball-Duelle, vor allem defensiv, gewonnen. Er hat, glaube ich, seine Zweikämpfe fast alle gewonnen, die wichtigen. Ich weiß nicht, ob er einmal irgendwie Schuld hatte und dann schießt er natürlich auch noch das Tor und macht einen Jubel, wie er nur ein Verteidiger machen kann, finde ich, wo er sich überlegt hat, okay, wohin mit meinen Händen jetzt? Ja, okay. Das fand ich auch sehr witzig, ja. Also, ja, der hat schon immer noch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, seine, also der ist immer für den Bock gut, das ist das Problem. Das war schon letztes Jahr so, dass der immer mal wieder auch so Flüchtigkeitsfehler einfließen lässt. Ja, der hat ja auch gegen Bochum mal dieses Ding gehabt, wo er einfach über den Ball drüber gehauen hat, völlig im Nichts praktisch, also völlig unbedringend eigentlich, einfach ein Luftloch geschlagen hat. Stimmt, ja. Aber das ist jetzt was, wo ich jetzt nicht drauf rumreiten will, weil ich auch finde, gegen Hannover ist er mir auch sehr negativ aufgefallen, aber, ja, so eine Slapstick-Situation, das kann immer mal passieren und ansonsten, der ist natürlich hinten eine Bank, wenn er die Dinger rausköpft und das macht er bis zur 94. Minute, da kann man dann tatsächlich schon verstehen, warum er aufgestellt wird und das macht er dann auch sehr gut. Und dann sind wir halt jetzt wieder bei dem Punkt, dann fällt ein Ziegele, wenn ich jetzt nicht gerade mit der Dreierkette spiele, vielleicht plötzlich hinten raus oder er sitzt halt dann auf der Bank und das ist aber was, was uns letztes Jahr gerade in der Rückrunde eben gefehlt hat und jetzt, wo mich schon positiv stimmt, dass wir solche Leute jetzt eben auch von der Bank dann noch bringen können und damit auch wirklich dann Qualität nachschieben können. Wer mir in Hannover sehr, sehr positiv aufgefallen ist und dann, finde ich, gegen Ulm und gegen Bochum nicht sonderlich herausgestochen ist, ist Ernst. Also, da vielleicht liegt es auch vor allem bei Bochum daran, dass ich auf der Hans-Jakob-Tribüne stand, aber da ist er mir so gut wie gar nicht aufgefallen. Aber da hat man natürlich auch eher nicht so den Überblick für die Mittelfeldstrategen, wenn man hinter dem Tor steht. Ah, den würde ich schon auch hervorheben. Also, der ist, fand ich, schon in beiden, also in allen drei Spielen tatsächlich auffällig. Der ist halt eine andere Komponente als jetzt, wie du vorher schon gesagt hast, Geipel oder Bulic. Der ist halt spielerisch einfach unfassbar stark. Der ist halt am Ball unfassbar stark. Der hat die Spielverlagerung absolut im Blut. Das ist mir gegen Bochum mehrfach aufgefallen, dass der wirklich überlegte Pässe dann einfach komplett durch das ganze Feld dann oder halt das Spiel dann einfach, weiß ich nicht, sind wir halb links, dann legt das ganz rechts rüber. Also, das hat der sehr, sehr gut drauf, finde ich. Und mir ist natürlich schon in Erinnerung geblieben, wie er gegen Ulm einfach, als es dann notwendig war, trotzdem auch hier die absolute Drecksaugrätsche ausgepackt hat. Und fair, vollkommen fair, einen Ulmer da abgegrätscht hat im Mittelfeld, wo ich gesagt habe, okay, also er kann auch hier die Bulic und Geipel-Komponente in sein Spiel mit einfügen. Macht er selten, habe ich jetzt sonst dann noch nicht so sehr gesehen. Wie gesagt, Ich war mir auch fast sicher, dass es nicht ernst war, sondern ich habe eher auf Bröger oder so. Nee, aber es war ernst. Also, ich fand es auch erstaunlich, aber und trotzdem, darum wollte ich es nochmal erfreien, weil ich das, also er kann auch das, er muss das selten und ist, glaube ich, auch gar nicht so seine Aufgabe. Ist aber gut zu wissen, dass er das auch drauf hat, eben wenn es, wenn es denn notwendig ist. Ansonsten, glaube ich, zieht und lenkt das Spiel dann schon sehr an sich. Also, wie gesagt, ich persönlich, ich habe es ja jetzt dann eben von der Westtribüne aus gesehen, ich fand ihn trotzdem in beiden Spielen schon hervorstechend. Ist ja auch so ein Spielertyp, den ich jetzt seit zwölf Jahren fordere. Eben mal jemand, der sollten wir mal führen oder hochführen, auch mal das Tempo verlagern kann, die Seiten wechseln kann. Ja, und ich finde es interessant, eben, ich habe noch nicht mit Joe richtig gesprochen seit dieser Saison, aber mich würde mal seine Meinung interessieren, warum wir in der dritten Liga, wo wir eigentlich oft Favorit waren, ein absolutes Beton-defensives Mittelfeld hatten mit Geiblo und Bulic und jetzt auf einmal versuchen, ein spielerisches Übergewicht im Mittelfeld zu schaffen mit Feed und Ernst. Einfach nur, was er sich dabei gedacht hat, weil es geht ja gerade auf. Gegen Hannover habe ich auch schon gemerkt, okay, ja, wenn die anderen spielerisch überlegen sind, brauchst du vielleicht nicht zwei spielerische Spieler, dann musst du dir irgendwas anders einfallen lassen und das hat er sich ja jetzt in Bochum mit der Dreierkette. Aber, ja, der Gegenteilgang dahinter erschließt sich mir immer noch nicht ganz, weil ich ja eigentlich damit rechne, in der in der zweiten Liga müssen wir mehr Beton anrühren als in der dritten Liga, aber ich kann auch verstehen, dass er eben sagt, ja, ich kann mir dieses Geholz nicht mehr ansehen, ich brauche ich brauche da einen Mittelfeldstrategen, der die Bälle verlagert, weil was mir letztes Jahr auch aufgefallen ist und was dieses Jahr besser ist auf jeden Fall, zumindest in den letzten zwei Spielen, sind die Seitenverlagerungen. Auch die anderen Außenspieler schauen mal nach rechts oder nach links und ihr Handlungsradius ist nicht sieben Meter um sie selbst herum, sondern da passiert jetzt auch öfters mal, dass ein weiter Ball vernünftig geschlagen wird. Gegen Ulm hat die Justierung noch ein bisschen gefehlt, da hat man immer gemerkt, da haben sie in den freien Raum reingechippt und da war dann jemand gestanden. Gegen Bochum sind die Bälle schon, die weiten Bälle schon besser angekommen. Ja, so ist es. Also letztendlich muss man natürlich sagen, es ist alles mit Vorsicht zu genießen, weil wir haben natürlich gegen Hannover erstmal auf den Sack bekommen, dann spielst du gegen Ulm, die für meine Begriffe schwächer aufgestellt sind als in der letzten Saison. Darf ich da kurz dich vor dem Spiel zitieren? Ja, bitte. Wenn wir gegen die Regionalligermannschaft nicht gewinnen, dann gehen wir gegen niemanden oder so. Ja, ich setze noch einen drauf, ich habe gesagt, dann steigen wir sowieso ab und dann sind wir schon abgestiegen. Aber jetzt kann man ja drüber lachen. Nein, also tatsächlich, also ich bleibe dabei, für mich sind die schwächer aufgestellt als letztes Jahr. Okay, und dann hast du Bochum, die natürlich in der Erstligamannschaft sind, aber Pokal hat, jetzt muss ich das Phrasenschwein leider zitieren, hat halt seine eigenen Gesetze, da feitest du halt einfach auch bis zum Gehtnichtmehr. Von dem her, man muss jetzt erstmal schauen, wie sich das dann so ausgeht. Jetzt kommen halt dann auch so Spiele, jetzt spielst du dann halt in Berlin, gut, dann spielst du zu Hause gegen Fürth, dann fährst du zum HSV. Da ist natürlich schon die Frage, müsste man nicht eher hier den Bus vorfahren und Beton anrühren oder sagt man, nee, wir haben uns jetzt auch ein bisschen Selbstbewusstsein geholt und wir versuchen es auch spielerisch zu lösen und vielleicht funktioniert es dann auch besser, vor allem, wenn man natürlich dann vielleicht auch schon so einen gewissen Stamm jetzt gewonnen hat oder halt Leute, die von Anfang an als Stammspieler eingeplant waren, dann auch auf dem Feld hat, weil das muss man auch sagen, gegen Hannover hatten wir natürlich, das muss man jetzt bei aller Kritik an den ersten 30 Minuten, darf man nicht außer Acht lassen, dass wir da halt zwei kurzfristige Ausfälle gerade auf den ultra wichtigen Außenverteidigerpositionen hatten und das hast du halt deutlich zu spüren bekommen. Mich wundert es auch eben, dass Schönfelder jetzt wirklich solide gespielt hat, das war ja so mein größter Kritikpunkt, dass man da Schönfelder jetzt so sehr ans kalte Wasser wirft in der zweiten Liga als Außenverteidiger, aber er macht seine Sache von Spiel zu Spiel besser, ich hoffe eben, das bleibt auch so, weil ich sehe die Gefahr, ich habe eben Hertha ein bisschen angeschaut jetzt, die letzten drei Spiele, kurz bevor du gekommen bist und da sind unfassbar spielerisch starke Spieler dabei, da langt es vermutlich nicht nur mitzulaufen, wie es oft Außenverteidiger gerne machen, nicht in den Zweikampf gehen, sondern einfach nur stellen, die spielen dich da am Reißbrett daher mit Doppelpässen, da müssen wir echt aufpassen und da müssen wir halt schauen, dass man vielleicht auch mal die Sense auspackt, 20, 25 Meter Wurmtor, damit die dich nicht schwindelig kombinieren und das ist das, wo ich mir noch Sorgen mache bei Schönfelder, Salah, Ochelski kann ich nicht einschätzen, dass die die Zweikämpfe nicht gegen schnelle Spieler gewinnen. Ja, wobei man sagen muss, dass gerade Schönfelder ja jetzt in diesen beiden Heimspielen, in den zurückliegenden, sich zweimal eine gelbe Karte für ein echt dreckiges Foul abgeholt hat, wo er eben genau das gemacht hat, wo du sagst, im richtigen Moment, 25, 30 Meter weg von unserem Tor, einfach mal einen umreißen, weil er eben sieht, da werde ich kein Land sehen, den erwische ich sonst nicht mehr. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade vorerst, also das scheint er auch verinnerlicht zu haben, von dem her bin ich jetzt da gar nicht mal so negativ gestimmt diesbezüglich. Ja, auch Phrasenspein, dieses Hertha-BSC-Spiel muss jetzt wahrscheinlich angehen wie ein Pokalspiel. Ja, wir müssen halt aber sehr, sehr viele Spiele in dieser Saison angehen wie ein Pokalspiel, also wenn ich mir die Namen da in dieser Liga alle anschaue, da sind, da sind ja, vom Namen her ist ja irgendwie die halbe Liga höher einzustufen als Bochum, um es mal flapsig zu formulieren, wird sich dann im Laufe der Saison zeigen, wie es dann wirklich ist. Wie gesagt, Hannover, jetzt gerade nach drei Spielen, jetzt wird plötzlich über Leitl diskutiert. Nach dem Spiel gegen uns hieß es, die sind jetzt hier, aber also hier der absolute Aufstiegsfavorit und Leitl bester Mann. Zwei schlechte Spiele, plötzlich alles wieder mies, das ist halt auch so ein komischer Verein, wo dann irgendwie sofort auch der Trainer an die Wand genagelt wird. Und von dem her mal sehen, ob diese ganzen selbsternannten Aufstiegsfavoriten dann wirklich so performen werden und ob wir nicht doch am Ende des Tages da auch irgendwo dann mal Punkte holen werden, müssen wir auch, weil ich habe es ja schon mal vorgerechnet, auch im Gespräch mit dir, wenn es halt nur vier echte Abstiegskandidaten gibt, wenn wir das alles gewinnen, wir werden nicht mit 18 Punkten am Ende drin bleiben können, das klappt halt nicht. Und von dem her werden wir auch mal irgendwo anders punkten müssen. Wir haben es jetzt auch gesehen, Elversberg oder auch Münster hat ja das jetzt auch schon hinbekommen und das wird auch bei uns so sein, ob es jetzt gleich in Berlin so ist. Also nicht mal schauen, die sind ja jetzt zumindest noch nicht in absoluter Top-Besetzung, also da ist ja mit Riesi zum Beispiel auch eigentlich der beste Mann noch verletzt, das spielt uns vielleicht in der Hand. Ja, die haben jetzt ihr Pokalspiel ganz gut gespielt und gut gewonnen, ansonsten deren Saisonstart war jetzt auch noch nicht so toll. Aber es wird halt auch spannend, das Olympiastadion ist schon beeindruckend, dass, ja, wir haben eine junge Mannschaft, wo einige natürlich drin waren, die ja jetzt in Hannover dann auch das erste Mal überhaupt zweite Liga gespielt haben. Jetzt war Hannover schon ein großes Stadion und das Olympiastadion in Berlin, finde ich, ist schon noch mal ein gutes Stück beeindruckender. Ich weiß jetzt nicht, wie voll das es sein wird, wird sich dann zeigen. Wir sind jetzt ja auch nicht so der Magnet. Aber, ja, also da musst du halt den Respekt ablegen und dann theoretisch kannst du da schon auch punkten. Ja, das war eben auch eine Frage, die du dir jetzt schon beantwortet hast. Ich bin gespannt, wie die eben dieses Olympiastadion angehen. Ehrfürchtig oder jetzt erst recht oder geil, dass wir da sind. Das wird sehr spannend zu sehen sein und ich weiß es nicht, solche Riesenstadion kommen dann einem ja auch manchmal ein bisschen größer vor. Vielleicht ist es dann auch anstrengender von hinten bis nach ganz vorne zu sprinten, weil es sich da wie 200 Meter und nicht wie 100 Meter anfühlt. Ja, da wird die Erdkrümmung eine Rolle spielen, so wie bei die Kickers, das ist klar. Also die werden 45 Minuten brauchen, um zum gegnerischen Strafraum zu kommen. Nee, also weiß nicht, das ist wirklich so. Also du kannst da schon den Rucksack mittragen, glaube ich, als junger Spieler, wenn du dann eben hier halt nicht mehr bei Freiburg 2 in einem leeren Stadion spielst, sondern halt plötzlich vor 50.000 im Olympiastadion in Berlin, mal sehen, also wie sie das angehen. Das kann dich aber gleichzeitig vielleicht auch beflügeln. Also ich meine, das sind Profisportler, die gehen da ihrem Lebenstraum irgendwie nach und von dem her, ja, vielleicht gibt das auch nochmal einen extra Kick. Ja, ich bin absolut gespannt. Berlin ja für mich persönlich irgendwie ein Highlight, auch wenn jetzt nicht so viele aus meinem Bekanntenkreis runterfahren. Ich habe gedacht, wir machen dann noch das Nachtleben unsicher. Jetzt muss ich mal schauen, was ich da treibe. Aber ja, auf jeden Fall habe ich ultra Bock drauf. Aber es ist irgendwie surreal, dass es jetzt schon dieses Wochenende ist. Ich hoffe, den Spieler geht es nicht auch so. Und sie haben eine bessere Anreise als ich mit dem 22-Uhr-Zug und um 6.30 Uhr in der Früh ankommen. Wäre wünschenswert, weil sonst, ich weiß nicht, ob sie dann so fit am Feld sind. Ne, das wird schon wahrscheinlich, wir sind ja mittlerweile ein sehr professionell geführter Verein, das werden die schon gut geplant haben. Mal sehen. Ich war 2012 dabei, also wie gesagt, ich fand selbst auch aus Tujar dieses Stadion einfach echt beeindruckend. Frankie Sembolo hat damals eine Bude gemacht. Eines seiner wenigen, da stand er nicht im Abseits. Oder es gab kein Videobeweis heute. Ja gut, das stimmt natürlich, richtig, ja. Ne, also damals haben wir leider 2 zu 1 verloren. Ja, ist lange her und wie gesagt, jetzt seitdem das erste Mal wieder dahin, hätte mich auch gejuckt, ehrlich gesagt, da mitzufahren. Ich habe mich dann für Hamburg entschieden, drei Wochen später. Das ist ja das, in dieser Liga könntest du halt theoretisch alle zwei Wochen irgendwie so ein Highlight-Spiel mitnehmen, als Zuschauer und auch als Spieler. Nur als Spieler musst du halt sagen, wie gesagt, das muss ich halt in positive Energie ummünzen. Ja, jetzt sind wir schon soweit beim Vorschau. Du hast gesagt, Hertha hat auch nicht so gut gestartet. Hertha 2 zu 1 gegen Paderborn verloren, 1 zu 1 Unentschieden gegen Hamburg und dann eben 5-1 gegen Rostock. Also man muss schon sagen, sie haben halt auch ordentliche Gegner gehabt und das erste Mal, wo sie gegen jemanden gespielt haben, der vermutlich auf unserer Kragenweite ist, ist Rostock. Aber ich muss sagen, mal mir nicht so Sorgen, dass wir so abgeschossen werden wie Rostock, weil die haben absolut brutal schlecht verteidigt. Ich glaube, das wäre uns höchstens in den ersten 30 Minuten Hannover so passiert, aber jetzt sind wir, glaube ich, gewarnt, dass das passieren kann und ich glaube, mit unserer Abwehr und wir haben auch noch gar nicht zum Beispiel über Bräunig gesprochen, über den man gar nicht mehr sprechen muss, weil er eigentlich grundsolide ist, hat sich natürlich gegen Hannover die ersten 20 Minuten auch sehr schwer getan, deswegen war es jetzt übertrieben, aber die letzten zwei Spiele waren völlig unauffällig und das ist sehr gut für den Innenverteidiger. Gegen Hannover hat man auch gemerkt, okay, da wurde er ein bisschen schwindelig gespielt, bis er sich akklimatisiert hat. Wir brauchten, glaube ich, dieses Hannover-Spiel, um wieder zurückzukommen, um in dieser 2. Liga anzukommen und ich hoffe, wir sind angekommen, weil jetzt sind es, wie du schon gesagt hast, dreiknackige Gegner, über Hertha haben wir jetzt relativ viel geredet, dann kommt Fürth, gegen Fürth schauen wir nicht immer so schlecht aus, aber meistens nur, wenn Jan-George ein Tor schießt. Wird dieses Mal wohl nicht passieren? Schwierig, schwierig, aber vielleicht ist er ja, vielleicht schaut er ja zu, ist er nicht so weit weg von seinem jetzigen Verein, aber die haben halt eigentlich gegen Mannschaften gespielt, wo man respektierlich sagen muss, da musst du gewinnen und wir sind die nächste Mannschaft, wo sie gewinnen müssen und vom Trend her ist es aber, ja, durchwachsen, also sie haben 3-1 gegen Münster gewonnen, 2-2 gegen Kaiserslautern und gegen Schott Mainz sage ich jetzt mal nur 0-2. Gegen Fürth rechne ich mich schon ein bisschen was aus, gegen Hertha kann ich schwer sagen, wäre natürlich geil, wenn wir da irgendwie einen Unentschieden abrotzen, damit wir nicht mit einer Niederlage neun Stunden mit dem Zug nach Hause fahren, aber das würde ich mir halt wünschen, keine Ahnung, aber ansonsten muss man natürlich dieses Berlin-Spiel erstmal genießen und dann schauen, was rauskommt. Ja, also ich habe im Tippspiel 1-1 getippt für Berlin, aber gut, ich tippe natürlich irgendwie ungern gegen den Jahn, das wird mir dann in den Tippspielen auch immer zum Verhängnis, muss ich sagen. Gegen Fürth rechne ich mir schon auch was aus, ja, also das ist schon, also weil ich natürlich grundsätzlich der Meinung bin und da werde ich jetzt auch nicht alleine dastehen und sage, wenn überhaupt, geht es nur über die Heimspiele, also du wirst natürlich sehr, sehr viele Punkte, glaube ich, in dieser Saison zu Hause holen müssen, wenn du es denn dann am Ende schaffen möchtest und ich habe ja, oder wir haben ja vorher schon mal angesprochen, also irgendwie die halbe Liga schreibt sich ja so ein bisschen auf die Fahnen, dass sie aufsteigen wollen, ich persönlich sehe dann so vier, fünf Mannschaften, die ich ganz unten auf dem Zettel habe, die dann irgendwo den Abstieg untereinander ausmachen werden ja und Fürth ist so mittlerweile ein bisschen graue Maus und graues Mittelfeld für mich und ja klar, also eher holst du da noch Punkte als gegen einen dieser Großen, die jetzt da in dieser Liga eben rumturnen, aber von dem her Heimspiel gegen Fürth, ja, würde ich schon so sehen, müsste man eigentlich gleich mal nachlegen. eine gute Überleitung und vielleicht gegen Fürth müsste das Stadion auch ausverkauft sein, oder? Natürlich, es müsste jedes Spiel ausverkauft sein. Ja, es hast du mir jetzt schon aufgelegt, also es ist ein Thema, das mir am Herzen liegt, diese Zuschauerzahlen, die ja immer wieder kritisch gesehen werden, haben wir ja in der Relegation dieses Spiel schon gehabt, dass wir da ein bisschen verunglimpft wurden, deutschlandweit natürlich, weil das Spiel ja große Aufmerksamkeit hatte, zieht sich aber auch so weiter, also ich habe jetzt auch zum Beispiel nach dem Bochum-Spiel tatsächlich von zwei, drei Leuten wurde ich angesprochen, warum denn da so ein Spiel dann auch nicht ausverkauft ist, also da sind dann zwölfeinhalb Tausend offenbar irgendwo auch zu wenig, wenn man dann auch Vergleiche irgendwie zu anderen Mannschaften sieht, die teilweise ja wirklich auch mehr Zuschauer dann da im Stadion haben, vielleicht jetzt auch nicht gegen die aller hochkarätigsten Gegner, weil ich sage mal, klar, wenn ich gegen Bayern und Dortmund spiele, dann habe ich, ist jedes Stadion voll, aber weiß ich nicht, also wenn ich dann irgendwie einen Zweitligisten zu Gast habe als unterklassige Mannschaft und schaffe es trotzdem, dass ich irgendwie 15.000 Zuschauer habe, ja, das ist stark, finde ich gut, freut mich für die auch, schmälert trotzdem nicht unsere 12.500, weil ich finde, es gibt ja immer oder es ist ja relativ ausgelutscht mittlerweile, niemand kann es mehr hören, dieses, wir müssen, dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, ich glaube, dass wir das rein vom Geld her und vom Aufbau der Mannschaft und vom Spielerischen her, das hat man dann im 6. Zweitliga-Jahr immer noch gesagt und das konnte keiner mehr hören und das war irgendwo dann auch Quatsch. Was die Zuschauerzahlen angeht, sehe ich es anders, also da ist es so, ich habe mir mal angeschaut, die Entwicklung und ich habe da jetzt vor allem mal so die letzten Drittliga-Jahre mir hergeholt, also ich habe mir das, ich habe mir angeschaut, was hatten wir denn für einen Schnitt 2012, als wir aufgestiegen sind in die zweite Liga und ich habe mir angeschaut, was hatten wir 2017, als wir aufgestiegen sind und ich habe mir angeschaut, was haben wir jetzt für einen Schnitt gehabt, als wir aufgestiegen sind. Also 2012 waren es dreieinhalb Tausend. Okay, da hatten wir ein altes Stadion, es war allgemein irgendwie so, da haben alle noch ein bisschen weniger Zuschauer gehabt, der Boom ist jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren schon auch nochmal irgendwie, also Fußball boomt immer noch weiter, verrückterweise. Gut, dann nehmen wir 2017, da sind wir dann doch schon in einer realistischen Größe, sag ich jetzt mal. Sind wir auch aufgestiegen, hatten am Anfang der Saison die Euphorie als Aufsteiger, weil wir ja durchmarschiert sind. Sechseinhalb waren es damals und ja, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt in diesem Jahr dann auf die Beine gestellt haben. 9.700 im Schnitt. Das sind dann für mich schon eklatante Steigerungen in diesem, im Schnitt jetzt. Ja, dann haben wir noch das Thema mit den Dauerkarten, wo wir uns ja drüber gefreut haben. Okay, wir haben jetzt hier einen neuen Rekord aufgestellt, 5.000. Dann schaue ich mir die zweite Liga an und wir sind auf dem letzten Platz. Das ist dann natürlich ziemlich bitter, muss ich sagen. Also im ersten Moment, wie gesagt, hier große Freude. 5.000 finde ich echt eine gewaltige Zahl. Dann verweise ich nochmal drauf. Zehn Jahren sind wir mit dem Schnitt von 3.500 aufgestiegen und jetzt haben wir 5.000 Dauerkarten verkauft. Also da ist es halt, was ich am Ende, jetzt habe ich viel geredet und was ich am Ende einfach sagen möchte ist, es ist trotzdem so, das weiß jeder, dass wir natürlich in den 80er und 90er eine ganze Generation verloren haben, bevor wir in den Profifußball zurückgekehrt sind und wir haben uns jetzt aber einfach Jahr für Jahr trotzdem gesteigert und haben jetzt einfach hier sehr, sehr vernünftige Zahlen, die wir mittlerweile aufbieten können. Wie gesagt, wie jetzt plötzlich in Elversberg 5.700 Dauerkarten verkauft werden können, das weiß kein Mensch. Finde ich völlig kurios auf jeden Fall. Für unsere Verhältnisse finde ich es trotzdem vollkommen in Ordnung und ich finde auch eben für so ein Spiel wie gegen Bochum 12.500. Ja, der Gästeblock war jetzt nicht ganz voll. Dieses Thema mit der VIP-Tribüne, glaube ich, hat jetzt auch mittlerweile jeder verstanden und wird jetzt hoffentlich auch vom Jahr angegangen. Mal sehen, jetzt kriegen wir ja vielleicht recht bald schon wieder ein Sonderspiel. Es hieß ja, bis dahin könnte man das vielleicht regeln. Ich bin gespannt. Aber das wird ja am Ende nichts helfen, weil N ist ja auch nicht ausverkauft worden. Das heißt, wenn man jetzt 500 Kapazität umbaut für die normalen Zuschauer, müsste ja trotzdem 500 O-Tickets mehr verkauft werden und die könnten ja jetzt theoretisch auch in N hocken und N war ja auch nicht ausverkauft. Also dieses Umbau für die VIP-Tribüne rentiert sich nur bei attraktiven Spielen und ich würde jetzt mal sagen, sollte Bayern, Dortmund, Leverkusen, Bremen, Mönchengladbach, irgend so was Traditionelles, Leverkusen ausgeklammert, aber der Hype ist gerade halt real. Zu uns kommen, kriegen wir auch die 1000 VIP-Karten weg, da braucht man gar nicht umbauen. Aber wenn jetzt sowas wie, ich weiß nicht, wer weitergekommen ist von den unattraktiven, aber wenn jetzt sowas wie Hoffenheim oder so kommt, da kriegst du weder U-Voll noch wird die VIP-Tribüne, also werden VIP-Karten verkauft werden. Mein Vorschlag war, dass man die VIP-Tickets halt entweder zum Selbstkostenpreis abgibt, ich weiß nicht genau, was der Selbstkostenpreis ist, wahrscheinlich 69,90 oder sowas, oder halt für 99 Euro irgend sowas. Aber wenn ich sehe, im freien Verkauf kosten die 175 Euro und tut mir leid, bei aller Liebe zum Jan, das ist es nicht wert, dann ist mir schon klar, das kannst du dir nicht mal so als, keine Ahnung, du bist so eine Zehners-Auf-Gruppe und sagst, ja jetzt gehen wir mal zum Jan, VIP-Bereich, wenn wir mal die Karten bekommen und knallen uns da 20 Bier ins Gesicht, auch da ist der Preis zu hoch. Da muss man halt vielleicht sagen, okay, da machen wir halt mit so einem Spiel mal keinen Gewinn in unserem VIP-Bereich, aber wir geben es halt zum Selbstkostenpreis ab oder mit minimalem Gewinn und machen das voll, weil ich glaube, für 99 Euro gäbe es sehr viele so Suffköpfe wie uns, die es sich mal gönnen würden, aber für 175 Euro ist es ja schon, keine Ahnung, Mallorca mit vier Tage Hotel oder so und Rückflug und hin und Rückflug, das macht halt dann keiner. Ja, also du hast vollkommen recht, dieses Mal hätte es wirklich sich nicht ausgewirkt gegen Wiesbaden, hätte es sich ausgewirkt, weil da war ja das Stadion voll bis auf Gästeblock und eben diesen VIP-Bereich und wenn man da schon diese, sagen wir mal, 500 Leute mehr generiert hätte, hätte man diese Karten auch an den Mann gebracht, also da war es aus meiner Sicht anders zu sehen, als es jetzt im Pokal gegen Bochum, das stimmt. Nochmal Gegenargument, wenn wir schon beim Diskutieren sind. Ja, gerne. Dann bräuchte man eigentlich auch viel besser einen anpassbaren Auswärtsblock, weil so wie bei anderen sind dann immer so 500 Plätze weg, wenn wir sie nicht besetzen und wir haben ja eh einen zu großen Auswärtsblock, der ist 1800 groß, wir brauchen nur 1500. Eigentlich müsste man da sich überlegen, kann man, jetzt habe ich das Stadion nicht im Kopf und die Mundlöcher, aber könnte man da nicht einfach einen mobilen Zaun machen, damit man quasi sagt, wenn jemand wie Wiesbaden kommt, die schaffen, ihre Besitzplätze nicht auszuverkaufen, dann kommt halt der N-Block noch größer. Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum man das in vorauseilmten Gehorsam so gemacht hat, weil man hätte ja einfach trotzdem diesen Sitzplatzbereich um diese 300 Plätze halt einfach mal verkleinern können letztendlich und hätte dann dieses Problem aus meiner Sicht ja sowieso nicht, weil wenn gegnerische Mannschaften kommen, die das Ding ausverkaufen, wie jetzt in der Vergangenheit, weiß ich nicht, die ganzen Ostvereine oder halt jetzt auch die großen Traditionsvereine, die jetzt dann kommen werden, die würden sowieso die N-Tribüne dann leer kaufen, also von dem her würde das dann gar keinen Unterschied machen, also Dresden hat immer, die ganze war immer komplett N eigentlich in Dresdner Hand letztendlich, egal ob da jetzt ein Zaun dazwischen war und ob es ein klassischer Gästeblock war oder nicht, also von dem her verstehe ich sowieso nicht, warum man das so gemacht hat, klar könnte man dann eben allgemein drüber nachdenken, ob man das nicht verkleinert, ja, also das ist ein so ein Punkt, wie gesagt, unabhängig davon finde ich aber, also bei Wiesbaden, wie gesagt, Redikationsspieler hat mich auch geärgert, dass es nicht voll war, aber wie gesagt, es waren halt nur diese zwei Bereiche letztendlich, wo man jetzt hoffentlich angehen wird, einen davon, ja, den Gästeblock weiß ich nicht, ob das irgendwie auch thematisiert wird, wahrscheinlich eher nicht, trotzdem, ich habe jetzt nicht, es wäre jetzt auch noch cool gewesen, ich hätte eigentlich nachschauen sollen, wir haben ja gegen Bochum auch schon in der ersten Runde mal gespielt im Pokal vor 20 Jahren, hätte ich auch noch jetzt als Vergleich heranziehen können, da hat man glaube ich damals halt wahrscheinlich, ich war bei dem Spiel, aber ich weiß es nicht mehr, da waren 5.000, 6.000 wahrscheinlich und jetzt wie gesagt, haben wir halt trotzdem auch 12.500 oder jetzt gegen Ulm auch, ja, ich meine, das sind trotzdem auch gut 12.000 gewesen gegen einen Gegner, der jetzt sicherlich nicht der attraktivste in der Liga ist, sondern eher so, weil sie nicht bei den unteren 3,4 der Attraktivitätsskala anzusiedeln ist und von dem her bin ich der Meinung, dass das schon trotzdem sehr, sehr gut gewachsen ist und dass das aber nicht einfach aus dem Nichts explodieren kann und ich finde, dass es trotzdem, dass man hier nicht so kritisch sein darf, sondern, dass sich da einfach in den letzten gerade 10 Jahren unglaublich viel getan hat, natürlich Stichwort auch neues Stadion, klar, das hat dann das Seinige auch dann sehr, sehr viel beigetragen, aber auch darüber hinaus, dann hast du 6 Jahre 2. Liga gespielt, hast damit dir natürlich jetzt schon auch viele junge, sehr junge Fans ins Stadion geholt, jetzt sieht man ja auch wirklich Kinder wieder mit Jandrikos rumlaufen, was du einfach vor 10 Jahren, da hast du, das heißt kein Kind mit einem Jandriko rumgelaufen, das ist jetzt alles, was jetzt gewachsen ist und wo du jetzt ein bisschen die Früchte erntest und dann finde ich eben, muss man es auch nicht schlechter machen, als es dann am Ende vielleicht ist, klar, mir wäre es auch am liebsten, wenn jedes Spiel ausverkauft wäre, aber ich sehe trotzdem, wo wir herkommen, jetzt muss ich es einfach nochmal sagen und da ist das dann schon, sind das schon vernünftige Zahlen aus meiner Sicht. Und bei den Spielen war die Hans-Jakob-Tribüne ausverkauft, man merkt es auch, also da ist kein Zentimeter Platz mehr und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich als normaler Fan kein Ticket für die Hans-Jakob bekommen würde, würde ich mich nicht für 28 Euro in N reinhocken, das ist mir dann schon klar, warum dann vielleicht, keine Ahnung, wenn du dir noch denkst, oh, ich gehe noch spontan ins Jahnstadion, Hans-Jakob ist zu, was ist denn die nächste Kategorie, oh, da hockst du relativ bescheiden und zahlst knapp 30 Euro Eintritt, würde ich auch nicht reingehen, ganz ehrlich, da würde ich mich lieber in die Kneipe hocken und dort das Spiel anschauen, deswegen, ich finde, wir bräuchten noch eine günstige Sitzkategorie, aber man nimmt natürlich auch die Kohle gerne mit. Ja, das ist klar, also da wird man natürlich sagen, man will sich natürlich dann das teure Geschäft gerade im Westen oder auf der Westtribüne dann wahrscheinlich nicht selbst kaputt machen und darum verzichtet man halt auf sowas, aber ich kann den Gedanken schon nachvollziehen. Was mir auch zugetragen wurde, ist, dass man 10 Minuten nach Spielbeginn weder sich noch eine Karte kaufen kann, noch ins Stadion kommt, das finde ich auch kurios, also das ist wohl auch vorgekommen jetzt bei dem Spiel gegen Bochum, da hätte es dann Personen gegeben, die sich zur 10. Minute noch gerne eine teure Sitzplatzkarte in N eben gekauft, also auf der Nordtribüne gekauft hätten und dann gab es da keine Möglichkeit mehr. Das verwundert mich dann schon auch, weiß ich nicht, ob es da mittlerweile auch vielleicht, also früher im alten Jahr anscheinend war das komplett anders, weil wir bis zur Halbzeit mein Ticket kaufen können und in der zweiten Halbzeit bin ich einfach umsonst reingegangen, also ja, 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 es war so letztendlich. Ich weiß nicht, ob es da, ob das dann wieder irgendwie eine Sicherheitsgeschichte ist, vielleicht gibt es da irgendwelche Vorgaben, EFL, weiß jetzt auch nicht, ob das beim normalen Liga-Betrieb so ist, aber wenn das so ist, das finde ich dann schon enttäuschend, wenn ich dann jemanden vor dem Stadion stehen habe, der bereit wäre, hier diese 30 Euro nochmal zu investieren und dann geht das nicht, weil ja, natürlich will jeder versuchen, irgendwie pünktlich da zu sein, aber also ich keine Ahnung, wenn ich in der 10. Minute ankomme, da sitzt es trotzdem nicht völlig aus der Welt, ne, also das, so ein Pokalspiel kann auch mal zwei Stunden gehen, dass da dann niemand mehr irgendwie verfügbar ist, ihm noch eine Karte abzudrücken, finde ich, finde ich dann auch kurios. Wenn wir schon mal im Thema Tageskasse sind, ich weiß nicht, wie wir es handhaben, ich hoffe besser, aber die Hand würde ich nicht ins Feuer legen dafür, aber wenn ich jetzt schon wieder bei Hertha lese, es wird keine Gäste Auswärtstageskarte geben, da kommt mir schon wieder die Galle hoch, weil ich meine, die werden noch über 2000 Tickets wahrscheinlich haben und machen keine Tageskasse auf, ich finde sowas total bescheuert, weil okay, nach Hertha wirst du, nach Berlin wirst du nicht spontan mal runterfahren, aber zum Beispiel, das sind ja nicht die Einzigen, die das so machen, ja, ich glaube, wie Spa, wie Spa denn blöd, aber keine Ahnung, früher gegen Aue oder sowas, da kann man sich schon mal spontan entscheiden, da fährt man auch runter und dann kommst du nicht an Tickets, weil du ja bei uns auch schon wieder bis Mittwoch kaufen musst, weil sonst gibt es keine Auswärtstickets mehr, weil die ja dann zurückgeschickt werden, also ich finde, wenn es, also die Fanvertretungen, vielleicht wäre das mal ein Thema, die sich halt für die Fanrechte einsetzen, dass man da beim DFL mal sagt, hey, ihr müsst denen das verpflichtend machen, als Auflage, dass es eine Tageskasse geben muss, auch für Auswärtsfans, wenn es noch mehr als, weiß ich nicht, 50 Tickets gibt im freien Verkauf. Ja, also vor allem finde ich jetzt eben gerade in Berlin, wo ich ja weiß, okay, da gibt es einen Gästeblock, 7000 Karten würden uns zustehen, was werden da jetzt mitfahren, vielleicht 1500, also es wird noch zigtausende Tickets in der Theorie geben und das ist ja schon immer mit einer Aufwarn verbunden, ich meine, ich muss vorher zum Ehrenstadion fahren, auch schon Tage vor dem Spiel muss ich die Zeit finden, muss da hinfahren, muss mir dieses Ticket holen, das war früher eben nicht so, also wenn ich früher auswärts gefahren bin, habe ich mir immer einfach dort vor Ort ein Ticket gekauft und in Berlin würde ich es vielleicht genauso machen, weil ich ja eben weiß, es werden nicht 7000 Jahren Fans dort aufschlagen, also das ist, so vermessen ist ja niemand, dass er auf diese Idee käme und dann finde ich es auch ehrlich gesagt eine Frechheit, dass das dann einfach verwehrt wird und dass dementsprechend auch Leute, die eben vielleicht trotzdem irgendwie auch noch spontan, weiß ich nicht, da wird noch ein Busplatz frei oder sonst was oder irgendwo ein Auto, wird jemand krank, möchte ein anderer mitfahren, weiß ich nicht, keine Ahnung, gut, da könnte man das Ticket wahrscheinlich austauschen, aber ja, es geht ja auch irgendwo schon mal mit dem Hinreisen und wenn ich es mir spontan überlege am Donnerstag, Freitag, ja, wird dann schwieriger und das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich schon 5 Tage vorher 100%ig wissen muss, okay, ich fahre da jetzt hin und richt es mir auch noch ein, dass ich vorher irgendwie mir eine Karte hier in Regensburg am Jahnstadion besorge, also das finde ich jetzt auch ein Unding, ehrlich gesagt. Beim HSV war es noch so, jetzt fällt es mir gerade ein, da habe ich mir eben auch keine gekauft, weil es hieß, es gibt eine Tageskasse und dann haben sie mir kein Stehplatzticket verkauft, da musste ich mir für den Stehplatz einen Sitzplatzzecke kaufen, also absolut asozial, es ist, ja, also unsozial ist es auf jeden Fall. Ja, also da wird tatsächlich irgendwie ein bisschen Schindluder betrieben mit den Gästefans, weiß ich nicht, kommt halt vielleicht auch daher, weil es natürlich, je größer die Vereine werden und je mehr die Vielzahl an großen Vereinen jetzt da ist, die setzen natürlich dann das gesamte Kontingent im Vorfeld schon ab, das heißt, keine Ahnung, dann habe ich das allein wahrscheinlich schon 8 Mal pro Saison, dass ich sage, okay, also da kommen Vereine, die das definitiv komplett vorher schon aufgekauft haben, also oder verkauft haben, ja trotzdem, ich muss aber halt schon auch auf kleinere Vereine dann reagieren können und ja, muss ich halt da mal einen reinsetzen, also das 14 Euro Mindestlohn wird sich Hertha BSC leisten können für so eine Kasse. Glaube ich auch, ja, wenn wir schon beim Kranteln sind, auch wenn die Folge dann ein bisschen länger ist, aber ihr wisst ja, dass ich politisch nicht ganz unaktiv bin und es hat mich sehr geärgert, ich bin Wochenende eben mit dem Zug von Amberg nach Regensburg gefahren und der war ab Amberg schon komplett voll, wir sind nicht mehr reingekommen, also da standen dann ältere Damen, die zum Flughafen mussten und zwei, drei andere Jahren-Fans und ich blöd am Amberger Bahnhof rum und mussten eine Stunde auf den nächsten Zug warten, hat natürlich trotzdem noch irgendwie geklappt, aber das finde ich halt einfach bescheiden, wenn ich wenn ich höre, dass der ja, der wichtigste Nachhaltigkeitspunkt ist, dass die Leute nicht mit dem Auto anreisen und dann mache ich sie maximal unbequem, da überlege ich mir tatsächlich auch, ob ich noch Grandlerbrief an die Bayerische Eisenbahngesellschaft oder so schreibe, ich werde ihn vorher im Discord veröffentlichen, vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir ja auch noch eure Geschichten schreiben, die ich da rein verwurschteln kann, aber ja, das ist mir jetzt schon, also diesmal ist mir das erste Mal passiert, dass ich überhaupt nicht reingekommen bin, aber natürlich ist mir das schon sehr oft aufgefallen, dass die Züge brechend voll sind, man hat sich immer noch irgendwie reingquetschen können, aber das ist ja genau das Thema, man sagt den Leuten, fahrt doch bitte mit den Öffentlichen und macht die Öffentlichen maximal beschissen, wundert sich dann, dass die Leute mit dem Auto anreisen und mit dem Auto anreisen macht ja auch nicht immer viel Spaß, weil die Parkplätze dann auch immer recht schnell voll sind, dann, keine Ahnung, also, ja, man kann die Leute nicht umerziehen, wenn man ihnen das maximal unbequem macht. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut, dann haben wir ein Thema, glaube ich, noch vergessen, das ich mir aufgeschrieben habe, aber da können wir wahrscheinlich wenig zu sagen, aber just for info, Calvin Onoique ist von Phoenix Lübeck weg, ja, transferiert nicht, also, er hat keinen Einsatz gehabt, innerhalb der Wechselfrist kann es dann noch wechseln und ist jetzt bei SG Barockstadt Fulda-Lehnherz, ganz witziger Name, in der Regionalliga Südwest anscheinend, ja, gab es da ein bisschen Unstimmigkeiten mit wie viel Einsatzzeit bekommt er und wie viel bekommt er nicht, so ist zumindest die öffentliche Meinung beziehungsweise die öffentlichen Verlaubbarungen. Ich weiß auch nichts Näheres, aber wieder interessante Geschichte auf jeden Fall, die, ja, ich nicht sagen würde, der Jan schreibt, sondern der Fußball, gab es ja schon öfter schon solche Sachen, aber man darf gespannt sein, wie er sich da entwickelt, weil, Graf sich ja sehr, sehr gut in Bayreuth bisher entwickelt, was man so sieht. Ja, war ja wirklich eine kuriose Geschichte, muss man ja echt sagen, also auch immer noch dieses Vorgehen dann auch irgendwo von Lübeck, die das jetzt einfach ja auch totschweigen, also, alles löschen, was mit ihm zu tun hat. Ja, richtig, also, dieser Transfer hat niemals stattgefunden, das finde ich eigentlich das Kuriose, weil ich meine, ja, kann es immer mal passieren, dass man da irgendwie unterschiedlicher Auffassung ist und dass man vielleicht auch trotzdem relativ schnell merkt, ne, das wird so nicht passen, wie wir uns das erhofft haben und wie wir das im gegenseitigen Einvernehmen vielleicht besprochen haben und dann, dann lässt man es halt wieder, aber wie die das jetzt angegangen sind und den praktisch als nie dagewesenen Transfer sozusagen darstellen, das ist kurios und, ja, Achim Bayer dort hat es ja trotzdem auch relativ scharf das dann irgendwie kommentiert, also, ich glaube, auch von der anderen Seite ist man da jetzt ein bisschen riskiert gewesen. Ja, und da haben wir jetzt mal die bessere Verhandlungsposition als Zweitligist, wahrscheinlich kannst du da auch selber die Geschichte schreiben, selbst wenn es nicht so gewesen wäre. Naja, das stimmt wohl. Gut, dann habe ich, glaube ich, alles abgearbeitet, war mir ein Fest, dass du mal wieder da warst, kennen wir öfters. Ja, sehr gerne, ich würde es dann einrichten, schauen wir mal, ich komme dann, was haben wir jetzt, also 2034. Nein, also das sollten wir eher wieder hinbekommen. Würde mich freuen, aber für diese Saison hast du deinen Soll erfüllt und auch beim Turmfunk schon zwei Einsätze, was will man mehr? Ja, tatsächlich, und ich bin ja auch gegen Fürth dann auch schon wieder eingeplant, also es geht Schlag auf Schlag, danach, glaube ich, brauche ich tatsächlich dann erstmal eine längere Pause. Wie seid ihr dann gegönnt. Tschöpidö. Und zum Schluss noch ein kurzer Unterstützerdank, ohne euch wäre das Podcast-Projekt so von meiner Seite aus nicht möglich. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, nicht nur die ganzen Daueraufträge, sondern auch die einzelnen, meistens größeren Spenden, an dieser Stelle eben Danke an Gabriele, übrigens heißt auch meine Mama so, und die Treuen und Großspender Paul und Sonja aus Velshofen, an der Stelle wieder ein fettes, fettes Merci, der Johannes, der auf Instagram Jo Gatzka heißt, ist aber auch immer wieder bei uns verlinkt, liked ihm und folgt ihm, der macht sehr tolle Fotos von unserem Jan, bin ich auch sehr stolz. Danke für die Spende, obwohl du dich ja, wie gesagt, selber so sehr für den Jan aufopferst. Auch ein weiterer Jan-Mitarbeiter hat offensichtlich gespendet. Frederik schreibt, ein Dank, dass ihr einem Jani-Darsteller auf dem Laufenden haltet. Dann eher mal vielen Dank an dich, Frederik, dass du dir das antust. Ich habe gehört, in dem Jani-Darsteller ja, ist es nicht ganz so angenehm, ist es sehr schwitzig und vielleicht, ja, wenn du mal Bock hast, Gast zu sein und deine Erlebnisse zu erzählen, dann gib mir Bescheid. Und nochmal einen großen Dank an Bastian, dem ich ja eine frohe Fahrt in seinem LKW gewünschen habe, hat er offensichtlich gehört und gleich nochmal gespendet. Merci. Und wie gesagt, an der Stelle noch vielen Dank an alle Dauerspender, die nicht ständig namentlich erwähnt werden, aber trotzdem sehr, sehr wichtig sind für mich. Wie ihr spenden könnt, lest ihr in den Shownotes oder geht auf 1889fm.de und klickt oben auf Unterstützen. Das geht natürlich per Paypal, Banküberweisung oder eben per Steady-Abo und wer mehr als 5 Euro spendet und seine Adresse angibt, bekommt auch noch ein paar 1889fm-Sticker zugeschickt und so. Jetzt war es das wirklich und ich glaube, damit haben wir auch die Stunde geknackt und das langt jetzt auch mal wieder. Wir sehen uns in Berlin. Tschö! Pero let's work! Und noch nar Prest��vi, front auf sie! Und noch nar Prestяз. Und noch nar Prestige. Und confirmation vor Roberts!